Wir sind für Sie da, wenn Ihre Stimme von der Politik gehört werden soll. Wir sind für Sie da, damit Sie trotz gesetzlicher Hürden abheben können. Damit Wege, Flächen und Netze schneller ausgebaut werden. Wir sind für Sie da, damit Sie die Last von Steuern und Abgaben nicht erdrückt. Wenn wir die Themen Ausbildung und Fachkräfte weit nach vorne bringen. Damit Politik Wirtschaft versteht. IHK – Wir sind für Sie da.